Weihnachten kommt auch, wenn gerade alles ein bisschen anders ist. Denn Weihnachten ist ein Gefühl. TV Westsachsen und seine Partner verschenken Glücksmomente. Ihr Adventskalender für einen Lichtblick, auch in schweren Zeiten. Lieber Glückself Olli, sieh bitte nach, welche vier das große Los gewonnen haben. Und noch ein Gewinner. Zu guter Letzt. Ein Spaß muss sein. Unsere Sekretärin hat sich eben einen kleinen Spaß gemacht und hat uns einen Smiley drauf gemalt. Vielen Dank. Die Firma Christel Knoll aus Plauen ist ein Lebensmittel-Großhändler in diesen Zeiten auch schwer getroffen. Aber 4 mal 50 Euro Gutscheine, das ist stark. Und der letzte Gewinner? Eberhard Götz, auch aus Plauen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch den vier Gewinnern. Und damit öffnen wir auch gleich Kalendertürchen Nummer 23. Hallo liebe Zuschauer von TV Westsachsen. Auch das Autohaus Lug möchte heute etwas hinter dem Türchen des Adventskalenders verstecken. Wir haben uns hoffentlich etwas Besonderes für Sie ausgedacht. Es ist ein langes Wochenende für Sie. Eine ausgedehnte Probefahrt mit unserem neuen SUV, dem Mercedes-Benz GLA. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, viel Freude dabei. Für die nächsten Tage frohes Fest. Bleiben Sie trotz aller widrigen Umstände zuversichtlich. Genießen Sie die Weihnachtsfeiertage. Bleiben Sie gesund. Und viele Grüße vom Team des Autohaus Lug.